Der hat doch schön gekämpft, Idiot. Er hat nur in der Ecke gestanden, als es hing. Du brauchst kein neues Bruder, das Junkchen. Das ist ein dreckigen Kopf, ey. Genau, nehmen wir schon mal die Hände hoch, wer auch immer da jetzt gerade steht. Der Doktor ist da mit der Captain-Säge. Markus ist uns, der Glückliche. Komm, schnippstab Stipi ab. Wieso sind die alle unten, ey? Wieso bist du oben? Ich weiß noch nicht, wo ich bin. Pff, keine Ahnung, wir sind die noch nicht. Die sind auch oben. Hey, die Mädels sind oben, wir sind unten. So solltest du eigentlich auch sein. Theoretisch schon, ja. Warte, ich rasier dich mal kurz hier. Ach so geht's bei dir los mit Rasieren. Ach, hier den Bart im Gesicht. Keine Anspielung, bitte. Keine Anspielung. Also ich wäre jetzt auch immer dafür, ein paar Pfeile zu besorgen und so. Ja, wir machen heute weiter mit den, äh, zu Forrest. Also Feuille ist hier auf den Knochen. Weil wir wollen heute tatsächlich schon gegen unseres eigentlich ursprünglichen Plans uns damit befassen, ja, Richtung Ende zu gehen. So, also ich habe Pfeile mir jetzt ohne Ende mitgenommen, weil wie sieht meine Nahrungskette momentan aus? Ja, ich hoffe mir oben da noch eben ein paar moderne Pfeile holen, glaube ich. Mhm. So, ich stecke mir noch welche ein hier. Ja. Ja. Nehmt euch mal noch ein bisschen was zu essen mit. Ich lass mal noch welche, nicht dass ich hier alle wegnehme, ja. Ja. Getrocknete Hase, habe ich noch irgendwie was? Getrocknete Beine, jawoll. So, ich habe noch ein bisschen was mitgenommen. Also Hase oder so. So, reicht. Achso, Markus zwingt gerade, tatsächlich. Ja. Ich sehe es gerade, auch liebe Süße von meiner Seite an die Zuschauer an Markus. Bei mir ist es kein Stream, bei mir wird es ein Let's Play werden. Also so will das alles. Der Markus auch screamt hier, ist ja unglaublich. Ne, ich sehe das gerade bei ihm, ich habe die Nachricht gerade von YouTube bekommen. Ja, ich dachte mir, ich übertrag das diesmal live und mache keine Aufnahme. Ja, alles gut. Ich muss mir mal deinen Namen verraten. Sokramadus. Wie? S-U-C-R-A und dann Madus. So wie mein alter Dings, also mein voriger PSN. Weiß ich gar nicht mehr. Mein Kanal kennt es ja. Ich kann es ja nach dem Dings mal in die Gruppe schreiben. Nach der ganzen Weile. Oh, ich habe einen Knopf was. Ist das aber nicht halb 10 Schatzi? Ist ja deshalb 8. Aber es ist abends halb 8. So. Also. Jetzt gehen wir erstmal zurückkommen. Genau. Ich brauche mal eine Machete. Bei mir ist auch noch gar nicht alles geladen. Ja, wir müssen wieder komplett reinkommen. Wie gesagt, wir haben jetzt immer einen Monat lang in dem Idee gespielt, wirklich. Was eigentlich nur so als Zwischenlösung sein sollte. Weil wir immer mal wieder zu dritt nur waren. Oder zu zweit. Ich denke, warum springt der nicht? Das war immer die falsche Taste. Unglaublich. Aber jetzt geht es weiter mit der Faust. Und danach geht es mit Ghost Weekend Whitelands weiter. Also das Bauen hat sich hier quasi so erledigt. So. Ich kenne den Weg tatsächlich nicht dorthin. Ja, ich kenne den. So halbwegs. Ich bin gerade mal ein bisschen aufgerüstet. Hauptsache ich kann unterwegs ein bisschen was süffeln. Ich muss auch mal ein bisschen was zu essen mitnehmen. Wenn ja noch was da ist. Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, doch, doch. Also ich habe... Wenn die anderen nicht gierig waren, habe ich... Ist noch was da. Ich habe einen Masenkaninchen eingepackt. Zwei Kaninchen. Also ich habe theoretisch noch genug mit. Okay, also hier hängt für mich nichts mehr. Ich habe drei Beine noch. Guck mal, wir haben noch mehr. Wir haben noch hinten irgendwo noch eins hängen. Oder? Ja, ich gucke gleich mal. Hier hängt noch was. Hier hängen noch drei Dinge. Die müssen wir mal gucken. So, ich habe erst mal einen Soda getrunken. Dann esse ich hier noch meine schönen Beeren. Habe ich noch mal Getränke dabei? Ja, ich habe keine Getränke mit dabei, ne? Das gibt es doch nicht hier. Also, was ist denn los? Einmal mit Profis, ne? Ohi! Verstöcke sollten wir auch einen packen, damit wir speichern können. Damit wir Frauen können. Da ist noch was zu essen. Guck mal. Weil... Ach, scheiß drauf. Ich habe nur Alkohol. Egal. Tut's genauso. Achso. 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 Ja. Wir waren gestern beim Chinesen, beim China-Buffet. Oh. Ein paar Corona-Kram essen. Also, für mich hat es tatsächlich... Ich habe den Laden noch nie so leer gesehen. Also, für mich hat es tatsächlich jetzt die ersten Auswirkungen in ein Konzert, wo ich eigentlich als eines Monats hingehen wollte, ist schon abgesagt. Okay. Das ist in Köln schon gefunden. Das ist jetzt gecancelt. So, Markus, sag doch noch mal kurz den Namen hier. Unter dem du Streams. Ich habe schon besucht. Sukramadus. Ich finde dich nicht. Soll ich nochmal buchstabieren? Das kann ich noch bei Cap finden. Ne, da hat mich noch nicht eingefügt, der Sack. Ich bin keiner seiner coolen YouTuber. Achso, warte mal, warte mal, warte. Ich glaube, ich habe das Problem gefunden, du Streams bei YouTube, ja? Ja. Ah, okay. Ich war bei Twitch. Ich weiß, es ist uncool, aber... Nein, alles gut. Ja, ich muss dich tatsächlich doch mal irgendwo einfügen. Wer streamt denn schon auf YouTube? Bäh, wer macht denn sowas? Ja, ehrlich, ey. Tatsächlich wird es mittlerweile schon wieder dunkel. Langsam, oder? Ich sehe schon wieder schwarz für unsere Pläne. Ja, aber können wir nicht eine Runde schlafen? Dann haben wir aber wieder Hunger und haben Durst. Ja, erst mal jeder Beinchen, oder? Also, wir könnten schlafen. Miteinander? Oh! Ja, geil. Ja, können wir machen. Wir schlafen aber eine Runde. Oh, ich habe dich gefunden. Die Freunde im Hintergrund so, was redet er da? Da kommst du wieder an, ey. Wie hast du? Hä? So, das ist immer noch so... Ja, bis wir da sind, ist Hotel. Und wir sind bis vor da sind wir verhungert. Genau. So, dann sind wir hier noch ein bisschen Wasser. Ich weiß den Weg jetzt, also... Wir müssen ja eigentlich nur den Weg in die Höhle finden, ne? Also in Zinkhole, ne? Okay. Haben wir, haben wir keine Gleiter? Wir können doch da runter gleiten, dann haben wir uns ein bisschen was gesparen. Wir sind noch nicht fertig. Ach schade. Wir haben doch eigentlich eine Seilbahn. Wir müssen doch auf die anderen Seite kommen, der Seilbahn, oder? Ne, ich dachte, wir hätten mit den Gleitern doch sonst in das Zinkhole unten rein. Nein. Vielleicht. Sie wollte die Nacht gleiten. Genau. Dann hätten wir uns schon mal einen Teil von der Höhle sparen können. Wenn das überhaupt funktioniert hat, weiß ich gar nicht. Ich weiß es nicht. Also ich stehe hier gerade ziemlich ratlos, weil ich weiß es nicht. Für mich ist das hier auch so quasi das Neuland. Aber ich muss schon sagen... Oder was machen wir jetzt? Ich muss schon sagen, du denkst sehr männlich. Wir wollen auch immer sehr schnell ins Loch. Ja. So ist das halt. So, warte mal. Wollen wir dann jetzt losziehen hier? Ja, besser ist er. Sonst werden die Gespräche hier noch ein bisschen... Ach so lustig. Markus, sie hat doch gerade gesagt, sie kann da mitreden. Sie auch. Sag, da kann ich mitreden. Nein. 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 Ja. Nein. Ich will mit der seiweiter rüberlaufen. Ach. Nicht nur auf die andere Seite. Wie er das eigentlich möchte. Ich latsche ich auch nur hinterher. hat man jetzt meinen kanal jetzt gefunden oder ja richtung eine million die tausend ok ich habe jetzt fast 550 noch an den 30 ist gut darum geht es mir auch nicht jetzt ist es auch herzlich egal wie für mich abonnieren ich mache noch spaß und nicht für mich ist das ja speicher von schönen erinnerungen für mich ist das einfach nur das verfahren zusammen mit freunden ich konnte sowieso die ganze zeit und zocken also kann ich aufnehmen ich werde nicht um film zu gewähren oder so und so was das stimmt käft jetzt sehr viel während er zockt meistens nichts sinnvolles aber er quatscht sehr viel oder was hallo welche hülle müssen wir jetzt eigentlich hier welche ist das weiß ich ja nicht da onkel goggle soll helfen ach so war das ist ja die müssen wir weiter hier unten sein warte mal ich glaube hier hier ist der höhleneingang jetzt habe ich doch eben was gegessen und ihr habt ihr habt schon wieder hunger als damit zu fassen hier ja wie nicht hier liegt irgendwas aber das ist nur ein stock okay wir sind alle auf dem weg nach south park was ist schon so lange her ne ich glaube da war jemand geteilter meinung was ja stimmt south park ist schon genau das läuft aber immer noch wiederholung 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 das hauspark geguckt habe weiß nicht was jetzt mal fertig geguckt habe ich habe tatsächlich die erste staffel auf dvd also die erste box ich will nur hinterherlaufen immer bitte den weg ich kenne mich nicht so ich sollte mal mit dem schwert aus also wenn wir den restlichen wachen auch noch holen aber bitte nicht bitte nicht gleich wieder abstürzen hier oder soja ich habe hier keine sorge so wir gehen durch da kommt wieder ein bisschen länger dauern ich würde sagen ich muss ja wieso ich hätte wieso nicht alles in eine folge ich will einfach nur fertig werden jetzt wir machen jetzt nach und nach ich will gucken wir mal schaffen wir schaffen wir mal fertig man brauchen wir den tennis schläger nein eigentlich nicht ich glaube es gibt auch genug videos wo die für der weg zum tennis schläger zu zeigen oder für selben vor ist wobei tatsächlich durch meine videos auch viele leute schon sachen gefunden haben waren wir hier nicht sozusagen schon mal kann sein aber naja das war doch das so abgestürzt ist beim fetterhaken ich erinnere mich nicht ich kann mich nicht erinnern da liegst du falsch du hast du wem anders gezogen wir lügen hier ich bin ja ich habe einen zuschauer ich bin ja ich bin ja die absolute pro gamer ich bin sehr schnell müde ja alles für die gener ich sehe ich nicht so irgendwas passiert der gerade das finde ich jetzt nicht richtig an dem langen seil weiter ist vor dem seil los klassen ist durch gesicht ich stehe jetzt ganz oben stehst du noch kraft das ist okay ja ja also nichts passiert also kann es komisch müssen wir nach ganz unten oder ja dann warte ich immer auf euch noch ganz komisch kev wollten wir nicht gewisse themen zurücklassen weil sie wieder von stehen und kraft haben also ich habe keine ahnung was du meinst ich auch nicht habe meist auch keine ahnung so weit immer sehe ich aus hätte ich ahnung ich habe erst mal angst mich jetzt zu verblütschen und dann bin ich weg ist mir auf die andere seite oder runter ist das eigentlich richtig wenn man hier oben rumliegt das ist zum thema hilfe ich muss mal geholt werden jetzt ist die frage bin ich eben richtig oder wo müssen wir hin also müssen wir doch ganz nah und ich bin einfach noch die andere seite geklettert ich weiß das ich weiß nicht ich bin ja noch ganz unten durchgefallen durch die steine also distanz ist richtig also scheinbar ja da komme ich mal hoch irgendwie hat da unten nichts zu sein vor allem vor fünf minuten ich weiß nicht was du meinst ich bin hier noch nie runter gefallen das ist das erste mal ja das wollte jetzt wollte jetzt in der nahe klettern also da unten geht auch immer nicht weiter wo wir hier davon was ist los ich weiß auf den weg auch nicht ich bin nur in richtung eurer namen gerannt natürlich genauso jetzt sagt mir nicht wir müssen hier runter hier kann man nämlich nur runter ich bin hier gerade wieder hochgeklettert auch mensch ihr ehrlich ist doch nicht zu fassen hier macht mir angst ich soll hier klettern sicher das war nämlich genau die stelle wo er selbst mal abgeschmiert ist hier bin ich immer noch richtig kann ich runter ja du kannst runter 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 x du kannst x drücken kannst du loslassen genau ok aber einer von uns weiß schon wo es lang geht oder also wenn der kraft ich glaube wir sind einfach alles nur sie wir haben keine ahnung von dem scheiß hier also alles wie immer gut wir haben keinen plan wir haben keine vorbereitung alles wie immer alles wie immer also ich kenne zwar das ende aber ich habe selber noch nie gespielt also ich kenne beides nicht ich habe mich nass gemacht ich habe gerade auch ein kaninchen verdrückt was ist denn hier los ich sollte mit gleich war mein schwert auf die schnellwahl tasten legen oder so ich glaube sie ist recht gefährlich hier ist nichts für dicke menschen oder menschen mit platzangst also für mich ach du hast platzangst ich bin dick ok gut ich habe teilweise beides also ich bin halt ein bisschen dicker ja und teilweise habe ich auch mit der platzangst ein bisschen zu tun keff macht mal was gegen deinen magen der grummelt hier so ich habe hunger ich habe noch nichts gegessen leute sind jetzt wirklich auf dem richtigen weg ihr wisst was noch mal zwei druckflaschen mitgenommen wenn ich mir meine rüstung so ansehe können ich denke ich bin dr oktopus ok tauchgerät anlegen so ab ins wasser die frage wo geht es hin ja das müsst ihr wissen nehmen wir doch hier das jetzt Alkohol ja wo lang denn jetzt noch? ja ich die sind im Sumpf getrocknet blub 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 ja so sehen unsere gedanken gerade aus ja veräppeln will sie uns doch hier die Kette weg selber nicht die will nur Spannung aufbauen ja lass es bitte mal kurz im zwischen speichern für den fall dass irgendwas passiert was uns scheiße ist damit wir wenigstens hier dann wieder starten können das tauchgerät kann ich ja wieder ablegen das pro hessen das tauchgerät kann ich ja wieder ablegen das pro hessen auch im Ausland das pro hessen auch im Ausland